Die Idyllische Stadt sah sich nun einer Überschwemmung von unvorstellbarem Ausmaß gegenübergestellt. Die Fluten, die mit alarmierender Geschwindigkeit stiegen, durchbrachen schnell die Verteidigungsanlagen der Stadt und verschlangen Häuser, Geschäfte und öffentliche Plätze gleichermaßen. Rust, einst ein Symbol für Ruhe und Geschichte, war nun eine unter Wasser stehende Stadt, ihre Straßen im Wasserwege verwandelt. Der unerbittliche Wolkenbruch, der alle bisherigen Rekordwerte übertraf, traf viele Einwohner unvorbereitet. Was als stetiger Nieselregen begann, eskalierte schnell zu einem Sintflutartigen Regenguss, wie ihn noch niemand erlebt hatte. Die schiere Menge an Niederschlag überforderte die Entwässerungssysteme, wodurch der normalerweise friedliche Neusiedlersee über seine Kapazität hinaus anschwoll. Mit steigendem Wasserpegel wuchs auch die Besorgnis unter den Bewohnern von Rust, von denen viele ungläubig zusahen, wie die Fluten stetig auf ihre Häuser zukroffen. Die Überschwemmung war unerbittlich und verwandelte die malerische Stadt in ein Szenario des Wasserchaos. Tagelang fiel der unablässige Regen an und verwandelte die Landschaft von Rust in ein Spiegelbild des stürmischen Himmels darüber. Die einst charmanten Kopfsteinpflasterstraßen waren nun tückische Strömungen, die Trümmer mit sich führten und drohten, alles auf ihrem Weg mitzureißen. Die historischen Gebäude mit ihren jahrhundertealten Fundamenten wurden auf eine nie dagewesene Probe gestellt. Die Fluten drohten, das Gefüge des kulturellen Erbes der Stadt zu zerstören. Die Überschwemmung war unerbittlich, eine deutliche Erinnerung an die rohe Gewalt der Natur und die Verletzlichkeit selbst der etabliertesten Siedlungen im Angesicht ihrer Wut. Die Überschwemmung in Rust war nicht nur ein Fall von starkem Regen, sondern ein meteorologisches Ereignis von beispiellosem Ausmaß. Meteorologische Daten bestätigten, was die Bewohner bereits wussten. Dies war kein gewöhnlicher Sturm. Die in der Region gemessene Regenmenge brach alle bisherigen Rekorde und verwandelte ein eigentlich überschaubares Wetterereignis in eine handfeste Katastrophe. Diese außergewöhnliche Überschwemmung überforderte die Infrastruktur der Region, verwandelte Bäche in reißende Flüsse und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Die geografische Lage von Rust, eingebettet in die Tiefebene des Neusiedlersees, verschärfte die Auswirkungen der starken Regenfälle zusätzlich. Der See, der aufgrund der vorangegangenen Niederschläge bereits einen hohen Wasserstand aufwies, konnte die schiere Wassermenge, die in ihn floss, einfach nicht mehr aufnehmen. Das überschüssige Wasser, das keinen anderen Abfluss fand, trat über die Ufer und überschwemmte die umliegenden Gebiete, einschließlich der Stadt Rust. Diese Kombination aus unglücklichen geografischen Gegebenheiten und extremen Wetterbedingungen schuf einen perfekten Sturm, im wahrsten Sinne des Wortes, der die Stadt der Gnade der steigenden Fluten auslieferte. Die beispiellose Überschwemmung in Rust hat die Besorgnis über die zunehmende Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse verstärkt. Klimawissenschaftler warnen seit langem vor dem Potenzial des Klimawandels, häufigere und schwerere Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen auszulösen. Die Ereignisse in Rust, auch wenn sie nicht direkt auf den Klimawandel zurückzuführen sind, dienen als eindringliche Mahnung an die Verletzlichkeit menschlicher Siedlungen gegenüber den zunehmend unberechenbaren Naturgewalten. Die Überschwemmung hat eine Debatte über die Notwendigkeit einer besseren Vorsorge und von Infrastrukturinvestitionen ausgelöst, um die Auswirkungen solcher extremen Wetterereignisse in Zukunft abzumildern. Rust hatte, wie viele Städte in Wassernähe, Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungen getroffen. Entlang des Ufers des Neusiedlersees war ein Netz von Deichen und Dämmen errichtet worden, um das Wasser zurückzuhalten und die Stadt zu schützen. Doch die schiere Menge und die Wucht der Wassermassen erwiesen sich für diese Schutzanlagen als zu groß. Die Deiche, überwältigt von dem unerbittlichen Druck, brachen an wichtigen Stellen und ermöglichten den Fluten in die Stadt vorzudringen, Straßen in Flüsse zu verwandeln und Häuser und Geschäfte zu überfluten. Das Versagen der Deiche, die einst als zuverlässiger Schutz vor Überschwemmungen galten, enthüllte eine kritische Schwachstelle in der Verteidigung von Rust. Die bestehende Infrastruktur, die darauf ausgelegt war, historischen Hochwasserständen standzuhalten, erwies sich angesichts dieser noch nie dagewesenen Überschwemmung als völlig unzureichend. Der Bruch der Deiche war eine deutliche Mahnung an die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Bewertung und Modernisierung des Hochwasserschutzes, insbesondere angesichts der sich ändernden Klimamuster und der zunehmenden Häufigkeit extremer Wetterereignisse. Das katastrophale Versagen der Deiche in Rust hat eine dringende Untersuchung der Ursachen für den Bruch ausgelöst. War es einfach ein Fall von Wassermassen, die die Kapazität der Deiche überschritten? Oder gab es zugrunde liegende strukturelle Schwächen, die zu ihrem Einsturz beitrugen? Während Ingenieure und Katastrophenschutzexperten die Trümmer untersuchen, werden ihre Erkenntnisse entscheidend dazu beitragen, künftige Infrastrukturinvestitionen zu lenken und sicherzustellen, dass Rust besser auf künftige Hochwasserereignisse vorbereitet ist. Abschnitt 4 Ein Wettlauf gegen die Zeit Die Evakuierung von Rust Als die Wassermassen unaufhaltsam stiegen, entwickelte sich die Lage in Rust schnell von besorgniserregend zu katastrophal. Die Behörden vor Ort erkannten die unmittelbare Gefahr und ordneten die sofortige und obligatorische Evakuierung der gesamten Stadt an. Dies war ein beispielloser Schritt, ein Beweis für die Ernsthaftigkeit der Lage und ein klares Zeichen dafür, dass die Sicherheit der Bewohner oberste Priorität hatte. Zeit war von entscheidender Bedeutung und ein Gefühl der Dringlichkeit erfasste die Stadt, als die Bewohner sich beeilten, ihre Habseligkeiten zu sammeln und sich auf höher gelegenes Gelände zu retten. Die Evakuierung verlief zwar chaotisch, war aber gleichzeitig ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Gemeinschaftsgeist der Einwohner von Rust. Nachbarn halfen Nachbarn, teilten Boote, boten Mitfahrgelegenheiten an und sorgten dafür, dass auch die schwächsten Mitglieder der Gemeinschaft nicht zurückgelassen wurden. Einsatzkräfte, die unermüdlich unter gefährlichen Bedingungen arbeiteten, gingen von Tür zu Tür, um sicherzustellen, dass alle über die Evakuierungsanordnung informiert waren und leisteten denjenigen Hilfe, die sie benötigten. Die Evakuierung, ein Wettlauf gegen die Zeit und die steigenden Wassermassen war ein ergreifendes Beispiel für die Widerstandsfähigkeit des Menschen im Angesicht von Widrigkeiten. Die Evakuierung von Rust verlief nicht ohne Herausforderungen. Die schnell ansteigenden Wassermassen erschwerten die Navigation und viele Straßen wurden unpassierbar. Die Kommunikationsnetze brachen zusammen, was die Verbreitung von Informationen und die Koordinierung der Rettungseinsätze erschwerte. Trotz dieser Hindernisse verlief die Evakuierung mit bemerkenswerter Effizienz, ein Beweis für das Engagement der Rettungskräfte und die Kooperation der Bewohner. Abschnitt 5 Zufluchtsuchen Zuflucht finden im Chaos Mit der Anordnung zur Evakuierung standen die Bewohner von Rust vor der gewaltigen Aufgabe, Schutz vor den steigenden Fluten zu finden. Viele suchten Zuflucht bei Familie und Freunden in den umliegenden Städten, ihre Häuser wurden zu vorübergehenden Unterkünften für die Vertriebenen. Für andere, die keine solche Möglichkeit hatten, richteten die Behörden Notunterkünfte in Schulen, Gemeindezentren und anderen öffentlichen Gebäuden ein, die auf höher gelegenem Gelände lagen und sicher vor den Fluten waren. Die Notunterkünfte, hastig eingerichtet, aber effizient organisiert, boten den vertriebenen Bewohnern von Rust einen dringend benötigten Zufluchtsort. Freiwillige arbeiteten unermüdlich, um Lebensmittel, Wasser, Decken und andere lebenswichtige Güter an diejenigen zu verteilen, die aus ihren Häusern geflohen waren. Die Notunterkünfte waren mehr als nur Zufluchtsorte. Sie wurden zu Zentren der gegenseitigen Unterstützung und boten Trost, Bekomfort-Odernis und ein Gefühl der Solidarität im Angesicht des Gemeinden.